Liebe Zuseher meines YouTube-Kanals, liebe Leser der Furche, wie Sie sicher wissen, liegen mir die Oktopusse ganz besonders am Herzen und ich möchte Ihnen jetzt neue Forschungsergebnisse zu diesen Tieren vorstellen. Wie Sie sicher auch wissen, entscheidet sich bei Menschen in der Embryonalentwicklung durch die Chromosomen, ob sich ein männliches oder ein weibliches Individuum entwickelt mit XY-Chromosomen bei männlichen und XX-Chromosomen bei weiblichen Individuen. Eine Forschungsgruppe hat nun beim 2-Punkt-Oktopus herausgefunden, dass es dort ähnlich funktioniert mit einem Z-Chromosom bei weiblichen Tieren und zwei Z-Chromosomen bei männlichen Tieren. Diese Forscher haben dann eine vergleichende Studie angestellt und bei allen anderen Kopffüßern auch so ein Z-Geschlechtschromosom gefunden. Das hat sich irgendwann in der Zeitspanne zwischen 455 bis 248 Millionen Jahren vor der Jetzt-Zeit entwickelt. Das sind also sehr alte Geschlechtschromosomen und zwar die ältesten Bekannten im ganzen Tierreich. Sehr interessante Ergebnisse. Nun, Schildkröten, besonders Meeresschildkröten, sind natürlich mit uns viel näher verwandt als die Oktopusse. Das sind natürlich Wirbeltiere, aber dort entscheidet sich das auf eine andere Art und Weise, was für ein Geschlecht ein Individuum in der Embryonalentwicklung erhalten wird. Und zwar ist es die Temperatur während des Ausbrütens der Eier, die das entscheidet. Es ist jetzt so, dass bei geringeren, bei kälteren Temperaturen alle Tiere männlich werden, bei höheren Temperaturen alle Tiere weiblich und bei Temperaturen in so einem Zwischenraum werden alle Tiere entweder männlich oder weiblich. Also da gibt es eine Mischung. Das ist natürlich im Bezug auf die menschgemachte Erderwärmung sehr signifikant. Es ist natürlich zu befürchten, dass durch höhere Temperaturen zu viele weibliche Meeresschildkröten ausgebrütet werden und die Population dadurch leiden könnte. Oder es kann sein, dass die Schildkrötenmütter bei der Eiablage dafür kompensieren und die Nester zum Beispiel mehr im Schatten anlegen. Das ist noch nicht klar, was da passieren wird, weil das sind sehr langlebige Tiere, die einige Jahrzehnte leben. Also der Effekt ist noch nicht klar. Ich hoffe, das war interessant und bis bald!